Was geht und schön, dass das wieder einrichten konnte, ist zurück zu Resident Evil 2. So, wir müssen jetzt nochmal mit alle roten Stellen rein auf der Map. Dann wollen wir mal. Ja, jetzt geht es hier richtig groß. Falscher Schlüssel. Das war jetzt nicht so schlau. Verdammt! Gut, wollen wir erstmal hier schauen. Okay. CAP für die Umkleider. Ein Elektronikgerät. CAP. Jetzt sind sie auch hier drin. Das wird mir gerade ein bisschen zu viel. Okay. Okay, ist das, wo man... Ja, okay. Was zum Teufel. Verreckt doch endlich. Boah, Alter. Das war ja schön in die Sackkasse gelaufen. Ja. 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 Dann packen wir erstmal das weg. Und... Das weg. Speichern wir mal. Einmal sind wir kurz erwischt worden. Ja. 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 Ja, da bist du ja. Toll, nachladen. Die frisst aber ganz schön Kugeln, ey. Kann ich hier schon immer lang? Weiß ich gar nicht, aber hier drin ist jetzt bestimmt auch einer. Der steht bestimmt auch gleich auf. C.A.P. Hat sich total gelohnt. Okay. Noch ganz oben wieder. Sehen, ob uns hier was neues erwartet. Okay, hier geht's nicht. Halt er sein können. Ist ja auch für mehrere es klappt. Okay, noch bin ich safe hier. Hier musste ich jetzt mal rein. Es kaut da immer noch. So. Hier will ich erstmal nicht runterklettern. Erstmal gucken, was da hinter der Tür ist. Oh Gott. Fuck. Scheiße, da sind ja ganz schön viel. Ach du Scheiße. Hahaha. Da kommt man jetzt... Nein, da kommt man gar nicht mehr hin. Schön. Die kommen jetzt natürlich hier alle hoch. Das wäre alles kein Thema, wenn... ...die da unten nicht wäre. Ja. Ja, gut. Das war einfach. Mein Messer. Hier ist... auch ein Rätsel. Dass ich keine Antwort kenne. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben. Nein. Haken. Okay. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Was liegt da? Was liegt da? Abgeschlossen. Abgeschlossen. So. Der steht nicht mehr auf. Der ist ein bisschen hartnäckiger. Der ist ein bisschen hartnäckiger. Alter, jetzt. Haut mal ab hier, ey. Toll. Fackert. Ich habe da nichts hingekriegt gerade, ey. Hier ist nichts, hier ist nichts. Die Tür kriege ich auf. Hier ist keine Tür. Aha. Okay. Hier ist ein Hebel. Also hier kommt ein Hebel rein. So. So. Und dann kann ich die alle so... Ja. Alles klar. Ich verstehe schon. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. ein Auftrag. Ich habe noch keine Medaillen. Ach. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Dann speichern wir nochmal. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Wo hier auch nicht wirklich was war. Ich befinde mich in einer Sackgasse. Oh, hier sind die paar Viecher. Die Leiche hat was. Ah. Ja. Okay. Im Büro ist das Ventilrad. Oh Gott. Und erstmal wieder raus. So. Wie komme ich da jetzt am einfachsten hin? Von oben. Von hier war das, oder? Ja. So. Treppe hoch. Also Leiter hoch. Dann gehen wir mal hier durch. Es gab zwei Sachen glaube ich, wo man Ventilrad brauchte. Ich hoffe das war jetzt das für die Männer und Kleider. Wie ist denn jetzt da hinten? Wie liegt der jetzt da hinten? Ja. So jetzt gehts hier weiter. Jetzt nehmen wir erstmal eine schöne Dusche. hallo hallo männer umkleide männer männer das ist jetzt verstanden männer umkleide der steht doch gleich auf oder auch nicht die waage funktioniert nicht noch mehr schließpulver Pistole, Munition, Astral und auch nicht die 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 das die nicht echt der denn fast Ich hoffe, du bleibst tot. Puh. Enten Munition habe ich auch noch drei. Danke. Ich hoffe, du bleibst tot. Ich hoffe, du bleibst tot. Was? So. Errungenschaft freigeschaltet. Raschbeerbekämpfung. Hochwertiges Schießpulver. Medizin. Schöne Lederjacke. Ah, Flinten Munition. Kontoauthentifizierung erforderlich. Ich habe nichts anderes hier in den USB-Port zu stecken. Da ist eine neue Waffe. Ich werde aber erst mal nicht hinkommen. Hitzbeständiger Tresor mit drei Zahlen Schloss vom Stars Büro und 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination dauert. Muss ich mir das jetzt hier merken. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Links 9. Rechts 15. Und links 7. Okay. Der Hausmeister. Eine Batterie, die ich nicht mitnehmen kann. Ich kann aber... Nein. Verdammt. Ich kann die Batterie nicht mitnehmen. Tolle Wurst. Tolle Wurst.